Unser nächster Interviewpartner ist Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Herr Fratscher, schön, dass Sie hier bei uns sind. Vielen Dank. Herr Fratscher, seit wenigen Tagen beherrscht ein vermeintlich neues Thema. Die Schlagzeilen angesichts leerer Rentenkassen und fehlender Fachkräfte haben einige Ökonomen die Einführung der 42-Stunden-Woche vorgeschlagen. Aus Ihrer Sicht eine ernstzunehmende Alternative zur Rente mit 70? Nein, ich halte das für solche Forderungen für sehr veraltet. Wir brauchen nicht mehr Zwangsjacke, sondern wir brauchen mehr Freiheit, mehr Flexibilität. Wir wissen gerade von jungen Menschen heute, dass sie mehr für sich selber entscheiden wollen und deshalb halte ich ein solches Modell für falsch. Ja, wir brauchen eine längere Lebensarbeitszeit, aber auch da sollten wir mehr auf Freiheit, Selbstbestimmung setzen als jetzt auf Zwang. Wobei sich doch ohnehin die Frage stellt, ob auch der Vorschlag 42-Stunden-Woche nicht eher so etwas wie das Herumdocktern an einem Umlageverfahren wäre, das eigentlich nur noch zu retten ist, wenn entweder A, die Beiträge steigen, B, das Rentenniveau sinkt, das heute schon bei nur 48 Prozent liegt, oder C, die Steuerquote zur Stützung der Rente erhöht wird. Das ist richtig, aber wir vergessen ein wichtiges Element und das ist die Beschäftigung. Der beste Weg, gut vorzusorgen, ist natürlich erstmal ein gutes Einkommen zu haben, sodass ich auch Ansprüche erwerbe und dazu auch genug Stunden zu arbeiten. Das große Problem heute ist, dass wir in Deutschland ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich haben und ungewöhnlich viele Menschen in Teilzeit haben. Gerade für Frauen, gerade für Frauen ist es ein Riesenproblem, über die Hälfte, die berufstätig ist, arbeitet nur zur Teilzeit. Viele würden gerne mehr arbeiten, also wir müssen mehr Chancen im Arbeitsmarkt schaffen und mehr Freiheit für Menschen selber entscheiden zu können, möchte ich bis 65, bis 67, bis 70 oder darüber hinaus arbeiten. Also wir müssen mehr Flexibilität schaffen. Manche Menschen können und wollen nicht länger als 65 oder 67 arbeiten. Das kann man bekämpfen, aber man wird es nicht lösen. Ich glaube, wir müssen mehr Chancen eröffnen. Und nochmals, der Schlüssel für eine gute Vorsorge jetzt im System liegt erstens im Arbeitsmarkt, zu besseren Löhnen mehr arbeiten zu können und zweitens eine klügere private Vorsorge. Das sind für mich die Schlüssel. Aber ist es vor diesem Hintergrund noch sinnvoll, die betriebliche und auch die private Altersvorsorge noch als Zusatzvorsorge zu bezeichnen überhaupt? Denn ohne die wird es doch in Zukunft ohnehin nicht gehen. Ich sehe, dass für die meisten Menschen oder für immer mehr Menschen in der Zukunft die private Vorsorge das wichtigste Element sein wird. Das ist es ja heute schon. Viele Menschen, die gute Einkommen haben, relativ geringe gesetzliche Ansprüche haben, sichern sich privat ab, haben eine Lebensversicherung, haben Aktien, haben Immobilien. Das ist eigentlich schon heute für einige Menschen der wichtigste Teil. Und es muss an Bedeutung gewinnen, denn wir wissen, durch die demografische Wende werden wir immer weniger junge Menschen haben. Das können wir in Deutschland durch Zuwanderung nicht kompensieren. Deshalb wird für mich, für den großen Teil der Bevölkerung in der Zukunft die private Vorsorge die wichtigste sein. Klar, für viele Menschen mit wenig Einkommen, die keine private Vorsorge haben, wird die gesetzliche Rente weiter wichtig bleiben. Aber wir sehen hier eine klare Verschiebung. Um bei der betrieblichen Vorsorge zu bleiben, stellt sich doch die Frage, mit je nach Zählung fünf oder sechs Durchführungswegen scheint dieses Vorsorgesystem inzwischen viel zu zerfleddert zu sein. Wäre es nicht eine Art Bündelung der Kräfte sinnvoll, um die Schlagkraft, die Wucht der Wirkung zu erhöhen? Ja, da bin ich gespalten. Ich verstehe schon, dass es eine Vereinfachung, es auch für viele etwas leichter macht, auch zwischen Unternehmen zu wechseln, schafft mehr Transparenz. Aber gleichzeitig sehe ich auch den Wunsch, vieler zu sagen, wir wollen schon individuell auch auf die Bedürfnisse der Beschäftigten eingehen können. Und da muss man genau abwägen. Wir wollen ein durchlässiges System haben. Das große Problem sehe ich eher, dass zu viele Menschen eben nicht durch die betriebliche Altersversorge abgedeckt sind. Und das sehe ich als das größere Problem. Ja, da ist Potenzial, aber ich würde sagen, im Vergleich zur privaten Vorsorge wird die betriebliche Vorsorge nicht so stark an Bedeutung gewinnen können, wie das vielleicht manche wünschen. Demnächst kommen dann noch Aktienrente und das sogenannte Sozialpartnermodell zum ersten Mal hinzu. Was halten Sie von beidem? Ich halte vor allem die Aktienrente für eine sehr längst überfälligere Form. Das ist absolut essentiell. Wir sehen, dass wir kaum Zinsen auf sichere Anleihen bekommen, sei es auf dem Sparkonto, sei es auf Staatsanleihen und Lebensversicherungen sind ja da auch mit inbegriffen. Wir brauchen also eine andere Form des Sparens, mehr Diversifikation. Dazu gehören eben vor allem Aktien. Jeder weiß, wenn ich in den letzten 10, 20 Jahren 10, 20 Prozent meines Ersparten mindestens in Aktien gehabt hätte, dann hätte ich eine ordentliche Rendite gehabt. Wenn ich mein Geld in der Lebensversicherung oder auf dem Sparkonto habe, werde ich jedes Jahr, verliere ich Kaufkraft bei einer Inflation mittlerweile von 7, 8 Prozent. Auf dem Sparkonto praktisch 0 Prozent, Staatsanleihen 1,5 Prozent im Augenblick auf eine 10-jährige Bundesanleihe. Also da brauchen wir dringend ein grundlegendes Umdenken in Deutschland. Und was ist eigentlich mit dem Thema Grundeinkommen, über das Sie mit anderen Experten hier am Kongress eben diskutiert haben? Nach anfänglichem Zögern scheinen Sie inzwischen ins Lager der Befürworter gewechselt zu sein, richtig? Ja, ich war vor fünf Jahren dagegen mit dem Grund, dass Menschen, die heute keine Arbeit haben oder von Sozialhilfe leben, denen ist mit Geld alleine nicht geholfen. Die brauchen Qualifikation, die brauchen Chancen, die haben häufig gesundheitliche Probleme, das können sie nicht mit Geld lösen. Ich habe meine Meinung gewandelt, weil ich glaube, es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, jüngere Menschen in ihren 30ern mit jungen Familien, mit wenig Einkommen, die sagen, sie wollen mal ein Risiko eingehen, sie wollen sich selbstständig machen, sie wollen etwas anderes machen, können das heute häufig nicht, weil sie eben ihre Familie versorgen müssen und eine gewisse Sicherheit, ein Sicherheitsnetz zu schaffen, den Menschen zu sagen, wenn ihr das macht, bitte geht diese Risiken ein. Das ist nicht nur für euch wichtig, sondern auch für uns als Gesellschaft wichtig, wenn Menschen Risiken in ihrem Berufsleben eingehen. Und der Staat steht bereit, hat hier ein Sicherungsnetz für den Fall der Fälle. Und das ist für mich eigentlich das ausschlaggebende Argument. Wir müssen hin zu einem Sozialstaat kommen, der die Menschen befähigt, der den Menschen Eigenverantwortung gibt, der mehr freiheitlich ermöglicht. Und das ist für mich das schlagende Argument, also es ist das Menschenbild dahinter. Die allermeisten Menschen, nicht alle, aber die allermeisten Menschen wollen was aus ihrem Leben machen. Und wir als Gesellschaft sollten ihnen dabei zur Seite stehen. Sicher eine gute Idee. Danke, dass Sie bei uns waren, Herr Froscher.